Freddy ist schon lange Zeit bei mir. Ich verstehe das nicht. Er ist mein ruhigster Hund. Kein Problem mit anderen Hunden und Katzen auch. Gerade wir haben einen Kassetest gemacht und alles okay. Er ist sehr brav, kann alleine bleiben im Haus ohne bellen. Ich habe noch nie gehört bellen, wirklich. Ja, er lebt bei mir im Rudel. Ich hoffe, ich hoffe, er bekommt eine Familie. Ja, er bekommt eine Familie. Es ist so ein schöner Hund. Nicht zu jung, nicht zu alt. Eine Schnee schönes. Schönes. Aber schön schön, sehr schön. Sehr schön schön, sehr schön schön. Dankeschön. Auf Wiedersehen.